An jedem Ort, zu jeder Zeit, ob nah, ob her, egal wie weit, durch kann Europa nur mit dir. Was André Trommel, das leben wir. Wahnsinn, was in diesen Minuten passiert in der Allianz Arena. Fußballerns, was willst du mehr? Die beste Fans der Welt. Mia Samea. Heute spielen sie gegen ihresgleichen vor diesen 66.000 Zuschauern. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, so geht Halbfinale. Auf der Gegendebühne stand Packmanns. Die Fans geben gerade alles hier. Links, die Bayern. Clown League, die Lebenrieden. Von unseren Fans. Die beste Fans der Welt. Am 19. Mai ist ganz München rot und weiß. Und so etwas wie am 19. Mai wird es nie wieder geben. Wir haben München! FCB! 2021 Mann, Rundin Wakir. Hofbrüller! Toradas! manifיחgen Zw陷襲 Toradas! Fértiger! Gen liver! miş 축 Meaning! 1700 mal 25! Hansic! Thomas! Syriac! Thomas! Syriac! Thomas! Syriac! 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 Robben, Robben! Das muss es sein! Arjen Robben mit dem 2 zu 1! Und jetzt ist das Spiel vorbei! Der FC Bayern München ist Champions League Sieger 2013! Und Sie können sich vorstellen, was da los ist! Und jetzt die Chance! Tor! Tor! Das sind noch! Das sind noch! Und jetzt ist es ein Tollhaus hier! Man hört nur noch die Roten! Und die Bayern schaffen in der letzten Sekunde das 2 zu 2! Und wie der hört waren nur München der Gesänge! Mourinho hat jetzt keine Zeit die Fans der Blauen zu animieren! Lukaku gegen Neuer! Neuer hält! Bayern gewinnt den Supercup 2013! und die Nadler drei fighten! Abweich zu europäisch zu süßen Rogais! Wirday! W Pumpa mit Ho seeds! Wip und du bes No we 60! Uw Er NATO! 2, 2, 1! 1, 2, 1! Großartige Choreografie in diesem Moment, in dem beide Mannschaften auf das Spielfeld laufen. Und wenn Sie jetzt ins Stadion gucken, dann wissen Sie, es ist ein besonderes Fußballspiel. Das ist eine Enttäuschung, wir wollen auch mehr für unsere Fans, die haben uns überragend unterstützt heute, die müssen wir herzlich bedanken. Das ist ein besonderes Fußballspiel. Das ist ein besonderes Fußballspiel. Und die Fans haben eine fantastische Choreografie gemacht. Das muss das Motto des Tages sein. Das ist ein besonderes Fußballspiel. 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 Champions League Halbfinale, Rückspiel. Das ist ein besonderes Fußballspiel. Das ist ein besonderes Fußballspiel. Es ist ein besonderer Abend, man merkt es hier an der Atmosphäre. Hier sind sie heute in dieses Stadion gekommen, um vom Start weg mitzugehen. Es ist eine wunderbare Stimmung, es liegt was in der Luft. Bühne frei für den FC Bayern gegen Real Madrid. Fußballherz, was willst du mehr? Bühne frei für den FC Bayern gegen Real Madrid. Bühne frei für den FC Bayern gegen Real Madrid. Bühne frei für den FC Bayern gegen Real Madrid. Bühne frei für den FC Bayern gegen Real Madrid. Ach,2021. Wir sehen uns beim nächsten Mal.